ja hallo der david hier von der hauptstraße 8 in weißem turm das ist zufälligerweise die adresse von bodypower studio und wir sind hier im oder am neubau ihr kennt das mittlerweile schon die jungs sind hier richtig am malochen grüßig wir haben hier schon schön aufgeräumt weil am samstag ist hier zum platz seminar soll in der halle stattfinden und am montag war die halle noch übelste baustelle und aber pavel hat mir zugesichert bis samstag ist sie soweit dass wir unser seminar darin machen können also da knapp 250 leute reinsetzen können und jetzt nicht mal gespannt was die jungs gemacht haben wie gesagt die geben richtig gas haben hier draußen schon mal aufgeräumt hier steht ja noch unser container haben wir schon ein bisschen sauber gemacht jetzt gehen wir mal rein gucken wie es drin aussieht hier kennt ihr ja schon mittlerweile ist ja mein büro das hat jetzt erstmal bisschen weniger priorität zur zeit wichtig ist erstmal dass es im studio weitergeht bzw jetzt in der die halle halt für das seminar dass wir da einen platz haben die kurz wanted gestalt haben ich bin gar nicht mehr sicher was ist im letzten video zu sehen gab, aber da war auf jeden Fall von innen noch nichts verkleidet. Jetzt haben sie schon gespachtelt, wie ich sehe. Zwei Lampen trennen schon. Ist schon schön hell hier drin geworden. Fenster sitzen. Da haben wir hier so eine Konstruktion reingebaut. Da kommen, also wenn man so TRX-Bänder da dranhängen will oder Boxdecke oder sowas, die kann man logischerweise nicht in die Decke reinhängen einfach, sondern da muss was drunter sein, dass das auch alles hält. Das sind hier diese zwei Balken, die man nur mal quer versteht mehrfach, damit das auch alles schön stabil ist. Also, ich hab schon mal gesagt, die Jungs geben richtig Gas und die denken auch voll mit und sind sehr, sehr schnell in der Umsetzung. Also, wenn man sagt, das und das hätte ich gern noch, naja, dann wird hier ein leichter Strich gemacht und am nächsten Tag steht der Kram. Richtig geil. So, hier, haben sie schon an dem Rand die Deckenplatten reingemacht. Das sind dann auch so Arbeiten, die fallen im ersten Moment nicht so auf. Zum Beispiel hier dieses ganze Deckenprofil. Das musste alles gestrichen werden. Da kann man sich vorstellen, wenn man knapp 400 Quadratmeter mit so einem Pinsel die ganzen Profile hier streichen muss, dann hat man schon eine Weile zu tun. Aber, noch mal, die machen das echt ordentlich. Wir haben jetzt Mittwoch und wie gesagt, am Samstag sollen hier 250 Leute sitzen. Sieht noch nicht ganz danach aus, wenn ihr euch das jetzt mal so anschaut. Ja, aktuell, wir warten darauf, dass der Elektriker die Kabel legt für die Lampen, weil bevor die Kabel nicht liegen, können wir die Decke nicht wieder isolieren und die Platten reinmachen. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen Nadelöhr. Der wollte aber morgen kommen und die Lampen machen und die Kabel machen. Dann können, wie gesagt, die ganze Isolierung, die jetzt hier rumfliegt, oben wieder auf die Decke. Dann, da stehen die Platten. Diese, ich weiß, woraus sind die? Keine Ahnung, was das für Zeug ist. Irgendwie so Pappmaché fühlt sich das an. Dann kommen die Platten da rein und dann ist hier Platz. Dann ist die Decke schön sauber und zu und hell und dann wird das hoffentlich am Samstag hier schon ganz anders aussehen. Dann müssen wir die Bänke noch stellen und dann wird hier Mr. Tom Platz, Golden Eagle ein Seminar halten, was mich sehr stolz und dankbar und glücklich macht, weil ich bin ein großer Fan. Und das habe ich mir schon immer mal so gedacht. Irgendwann bist du vielleicht mal der Typ, der so Leute einladen kann. Und ja, dank euch, dank der vielen Fans und nicht zuletzt dank Social Media kann man so Sachen heutzutage durchziehen und relativ einfach promoten und dann funktioniert das auch alles. Also, ja, ist ein bisschen Stress jetzt für mich, um ehrlich zu sein, dass das auch alles funktioniert und klappt und so weiter, dass er auch zufrieden ist. Also Tom, aber ich freue mich trotzdem drauf. Die ganzen Wände, die sind jetzt schon, ich glaube, zweimal gespachtelt und abgeschliffen und wieder gespachtelt worden. Die strichen, glaube ich, noch nicht, obwohl die so hell sind. Vielleicht sogar schon gestrichen. Da muss ich mir jetzt noch überlegen, welche Farbe ich haben möchte. Ich wollte am Anfang alles weiß haben und mittlerweile bin ich eher so auf dem Trip, dass man das doch mehr grau macht. Ich wollte erst ein bisschen grau machen. Jetzt mittlerweile denke ich, wir machen alles grau. Stehst du auch drauf, gell? Ja. Der Kameramann steht auf grau, der sagt, da wirkt alles ein bisschen besser, wenn man filmt und Fotos macht. Und ja, irgendwie denke ich mir das mittlerweile auch, weil wenn alles so weiß ist, sieht es ein bisschen nach Krankenhaus aus vielleicht. Das wollen wir nicht. Deshalb, wahrscheinlich machen wir so ein Anthrazit-Ton. Also der Kursraum auf jeden Fall so in so einem Anthrazit-Grau. Wahrscheinlich aber die ganzen Wände. Und dann kommen ja eh wieder Bilder dran und Spiegel und so weiter. Und dann relativiert sich das ein bisschen, dass es nicht zu düster wird hier drin. Der Boden habe ich schon erwähnt, das ist vorne so ein schwarzer Gummiboden. Hier, wo wir jetzt stehen und im Kursraum, wird das so ein Holzdekor sein. Kann ich eigentlich auch mal zeigen. Die liegen da drin. Die habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Also Vinylboden in so einem Holzdekor. Und das wird dann, glaube ich, wenn es fertig ist. Richtig geil aussehen. Letzte Woche hatte ich ein paar Jungs da, die machen Außenreklame und auch so Dekosachen auch im Innenbereich. Also die machen zum Beispiel so riesengroße Bilder auf Leinwänden oder so. Das ist keine Leinwand, das ist so ein Nylongewebe, so ein Stoff. Der wird dann aufgespannt und das sieht richtig geil aus. Die wollen mir noch diese Woche ein paar Vorschläge schicken für die Entwürfe. Da bin ich auch mal gespannt. Dann, wie gesagt, kommen hier noch die Spiegel rein. Und wenn dann die Decke drin ist, der Boden, die Spiegel, dann sieht das schon, glaube ich, ganz, ganz anders aus. Und ja, das Beste sind natürlich dann die Maschinen. Und die kommen dann ja auch noch. Aber da machen wir dann nochmal, wenn es soweit ist, natürlich ein Video vor Ort. Da könnt ihr ja mal schauen, wie die entstehen, wie die gemacht werden bei Gym 80. Ich bin gespannt und voller Vorfreude. So, hier haben wir jetzt den Boden. Wir haben es schon einen rausgeholt. Die ist natürlich jetzt ein bisschen eingestaubt. Also, so wie der Boden aussieht. Kann man sich jetzt noch ein bisschen schlecht vorstellen, wie das dann in der Fläche aussieht. Aber ich denke, es ist ziemlich geil. Also, schon relativ dunkel. Aber eben so ein schönes, so ein richtig schön kräftige Holzmaserung. Espen heißt der Boden. Was das dann sein soll für ein Holz? Keine Ahnung. Steht nur Espen. Ich bin kein so ein Holzexperte. Elektriker kommt morgen. Äh, ich denke, Feuerwehr kommt. Ja. Und so kann ich, äh, Leckler nicht machen. Ja. Kommen wir, Pavel auch nochmal? Ja, ja. Aber Pavel konnte nicht so früh sein. Heute nicht, okay. Ja, aber später alles kommt, ne? Morgen. Ja, heute ist später. Ach, es kommt noch, ja? Ja, mit Schrecken. Alles klar. Ja, alles klar. Hey. Pavel. Ja, nein. Heute ist alles da noch. Heute. Schaffst du es bis am Tag? Ja. Ist jetzt schon gestrichen oder ist das null? Nein, das ist gespachtlos. Das ist gespachtlos. Passt. Ihr habt mich schon reingemacht, ja? Ja. Also hier innen, meinst du weiß? Ja. Also nochmal den Rest drauf. Daumen hoch. Daumen hoch. Daumen hoch. Also jetzt war der live dabei. Entscheidung ist gefallen. Ich wollte anfangs alles weiß haben. Weil ich irgendwie so im Kopf hatte immer hell, hell, hell. Und ich dachte, der Boden ist schon dunkel und machen wir die Wände weiß. Aber irgendwie habe ich mir dann so zwischendurch überlegt, das sieht so ein bisschen krankenhausmäßig aus. Dann wollte ich eigentlich erstmal den Kursraum grau machen. Und dann habe ich so gedacht, das ist eigentlich cooler, wenn alles grau ist. Wenn man dann zum Beispiel ein großes Bild hat und auf dem dunklen Hintergrund, das wirkt irgendwie so ein bisschen edler so, ne? Deshalb. Warte jetzt live dabei bei der Entscheidung. Bodypower 2.0 wird anthrazit-grau. Ja, das ist schon. Gut, darauf stehen wir auf der Wand. Mit der Textur wirkt das alles. Aber wenn es trocknet, wird es ein bisschen heller noch, ja? Ein bisschen. Aber das ist gut, oder? Ja. Ja. Ist dann weiß, ne? Dann machen wir alles weiß oben, ne? Den Deckel. Mhm. Naja, das sieht cool aus. Ja, das ist zwar ein ganz anderer Effekt dann, aber wie gesagt, wenn wir dann den Spiegel da draufhängen und Bilder und so, dann sieht es cool aus. Jetzt seht ihr das ganze Studio von außen. Da vorne ist dann der alte Teil. Also, ja, das 1986er Bodypower. Das wird der neue Teil sein. Da kommt natürlich dann noch die Werbung hin. Das hat man, glaube ich, schon mal thematisiert. Also, da kommt ein fettes Gym 80 Wappen dran und Bodypower-Logo natürlich noch. Lasertag muss leider ab. Und, ja, viele haben gefragt, das letzte Mal unter den Videos, was denn der Monatsbeitrag ist. Der ist aktuell der Einstiegstarif bei 32 Euro pro Monat. Wer sich beeilt, also wer hier aus der Entgegenung kommt, sich anmelden möchte und sich beeilt, der kriegt den alten Tarif. Der bleibt dann auch so. Also, wer jetzt eine Mitgliedschaft macht, der wird in dem Tarif bleiben. Zum nächsten Jahr werde ich das ein bisschen anheben müssen und wollen. Aber nochmal, also wer sich jetzt anmeldet, hat den alten Tarif auf jeden Fall sicher. Ab 32 Euro geht es los, je nach Laufzeit. Und, ja, ich freue mich auf euch. Ich werde gerne ein Probetraining hier machen und euch das Ganze mal anschauen. Ich kann versprechen, das Studio wird noch geiler werden. Das ist jetzt schon fast perfekt. Aber mit dem Neubau dann, da wird es wirklich, da geht dann nichts mehr drüber. Also, wenn ihr hier aus der Region kommt, schaut es euch an. Ihr werdet begeistert sein. Und bis es soweit ist, einen guten Pump noch in eurem alten Studio vielleicht. Beste Grüße, teilen, liken, abonnieren, Glöckchen anklicken, kommentieren, Fragen stellen. Und bis zum nächsten Video. Danke. Tschüss.